Ich zeige euch, wie auch Star Trek Armada 2 nicht nur die deutsche Version macht, sondern eine deutsche Version, die so gut aussieht wie nie zuvor. Und der erste Schritt ist der Kauf von Star Trek Armada 2. Das geht heute zum Glück sehr simpel. Geht einfach auf GOG.com, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Dort gibt es zum Beispiel aktuell sogar 25% Rabatt, zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme natürlich. Und dort könnt ihr dann Star Trek Armada 2 kaufen. Das ladet ihr runter, installiert und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Und das ist dann die Vorbereitung, dass ihr es überhaupt starten könnt. Oft macht das Spiel leider beim Starten Probleme, aber das lässt sich sehr einfach beheben. Ich habe es hier über die GOG Galaxy Plattform installiert. Hier oben habt ihr den Regler, mehr, da geht er drauf. Dann habt ihr hier zusätzliche Dateiverknüpfung, DirectX Settings. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr über den Spieleordner gehen. Das kann ich euch auch zeigen. Wäre zum Beispiel in diesem Fall bei mir der Spieleordner. Da habt ihr hier die Datei DirectX Config. Die öffnet ihr. Oder über die GOG Plattform ist es hier oben DirectX Settings. Wenn ihr das geöffnet habt, dann müsst ihr zwei Dinge auf jeden Fall einstellen. Das ist der Display Mode. Der steht normalerweise bei Same as Desktop und ihr müsst ihn auf Set by Application stellen. Und Presentation auf Windows. Und hier unten könnt ihr noch Antistrophe Filterung auf 16-fach stellen und Anti-Aliasing auf 8-fach. Das speichert ihr dann. Dann beendet ihr es. Dann könnt ihr das Spiel das erste Mal starten. Wenn ihr es gestartet habt, dann könnt ihr unten über Optionen, Grafik Settings, auch die Grafiken ändern. Das hier zum Beispiel 1600x1200 eingestellt habt. Keine Sorge, im Spiel wird das Bild dann größer. Nachbar habt ihr es im kleinen Fenster, das Menü und der ganze Kram ist nur in einem kleinen Fenster angezeigt. Er hat eine niedrigere Auflösung. So, wenn ihr das getan habt, könnt ihr wieder rausgehen. Dann kommen wir zum Schritt 3. Da habe ich für euch den Star Trek Armada 2 Deutschpatch rausgesucht. Den findet ihr über den Link, den ich auch wieder unten in der Beschreibung eingehängt habe. Da geht ihr einfach hier unten auf Version Deutschpatch. Dann klickt ihr hier auf die gepackte Datei. Die wird dann runtergeladen, 158 MB. In der es habt, öffnet ihr den Ort, wo ihr es runtergeladen habt. Ich nutze zum Entpacken den 7-Zip-Entpacker. Den habe ich dann hier. Die Datei einfach entpacken. Und dann habt ihr diese Anwendung. Die startet ihr einfach. Dann müsste hier eigentlich automatisch der Pfad stehen, wo ihr Star Trek Armada 2 installiert habt. Könnt ihr nochmal überprüfen. In diesem Fall ist es korrekt. Geht auf Installieren. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Das Spiel ist relativ klein. Selbst wenn was schief geht, habt ihr es relativ schnell wieder runtergeladen. Nach dem Fertigstellen könnt ihr das Spiel nochmal starten. Ihr seht, das Menü ist auf Deutsch. Und ihr könntet jetzt eigentlich loslegen. Allerdings hätten wir dann noch den letzten Punkt. Das Armada 2 Upgrade Project. Und das ist in der Version 1.4. Geht einfach auf Download. Als es nicht automatisch starten sollte, geht er hier oben auf den Punkt. Dann geht ihr einfach auf die Excel-Datei. Öffnet die. Dann seid ihr hier beim A2 Upgrade 1.4 Installation. Bestätigt nochmal. Hier müsst ihr kontrollieren, ob da der richtige Pfad ist. In diesem Fall ist es bei mir nicht korrekt. Dann sucht ihr einfach den richtigen Pfad nochmal raus. Wenn ihr das Ganze installiert habt, müsst ihr nochmal kurz in den Spielerordner rein. Und den Inhalt dieses A2 Upgrade 1.4 Pakets einfach in diesen Hauptordner hier drinnen ausschneiden. Und hier in den Ordner einfügen. Leider müsst ihr das manuell machen. Da ihr bei mir zum Beispiel immer wieder diesen Ordner A2 Upgrade anlegt. Wenn ihr es aber macht, habt ihr danach eine wunderschöne deutsche Version. Damit habt ihr das Spiel ein etwas schöner. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit Star Trek Armada 2. Wie gesagt, alle Mods findet ihr unten in der Beschreibung. Lasst gerne ein Gefade mir da. Und könnt ihr mal schreiben, ob bei euch alles geklappt hat. Lebt lang und im Frieden. Haut rein.